Und los! Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir? Freunde und Tatbandfreunde. Ja, das sind wir. Was sind wir? Freunde. Wir hören, die Plemos sind ein Team. Paul hatte schon eine ganze Weile nicht mehr mit seinen Plemos gespielt. Sie waren immer noch seine Freunde. Aber es gab Dinge, die ihn im Moment mehr interessierten. Zum Beispiel coole Klamotten tragen oder coole Sprüche machen und dabei ganz cool die Stirn in Falten legen. Sowas eben. An diesem Samstag, an dem seine Eltern auf einem Wanderausflug waren, hatte er erst lange geschlafen, was echt cool war, und dann seine neuen Sneakers angezogen, die er sich zusammen mit seinem Vater im coolsten Klamottenladen der Stadt geholt hatte. Jetzt stand er vor dem hohen Spiegel im Zimmer seiner Eltern und betrachtete sich von allen Seiten. Die sind echt cool, oder? Was meint ihr, Plemos? Wartet mal. Ich stelle euch auf den Schminktisch. Was ist? Wollt ihr nicht auf... Ich kann euch hier nichts aufbauen, okay? Was sollten die Schminksachen auch sein? Obwohl, das könnte eine fette Villa sein. Die Kästchen sind teure Designermöbel und die Puderdose ein Swimmingpool. Das könnten wir echt machen. Ich muss mir das ja nur vorstellen und schon chillen wir den ganzen Tag am Pool. Das wäre sowas von... Oh, eine Nachricht. Okay, das muss leider warten, Plemos. Carlotta und Tom wollen sich mit mir treffen. Checkt ihr schon mal die Villa ab? Ja? Die Plemos, das waren Pauls Lieblingsfiguren. Der Freche mit den Wuschelhaaren hieß Emil, der Kräftige mit dem gemütlichen Grinsen hieß Sam und der Name des Mädchens mit den blonden Haaren war Liv. Der bunte Papagei mit Namen Käpt'n Tolle musste auch immer mit dabei sein. Paul wusste, dass sie lebendig werden konnten. Er hatte sie bei ihren Abenteuern sogar schon einmal begleitet. Kaum hatte er das Zimmer verlassen, geschah etwas sehr Merkwürdiges. Der Schminktisch verwandelte sich in eine weiße, prächtige Villa mit luxuriöser Innenausstattung. Im Saphirblauen Himmel und in der Puderdose glitzerte das kristallklare Wasser eines Pools. Die Plemos wurden mit einem Mal lebendig. Alles wurde mit einem Mal lebendig. Na nun? Was ist das denn für ein poliert, pompöser, protzig, prächtiger Prunkpalast? Gute Frage, Emil. Sieht wirklich teuer aus. Ist wo irgendwas sehr teuer, ist das Tolle nicht geheuer. Wer hier wohl wohnt? Also für mich ist das nur ein Haus. Ganz schick, ja. Aber kein Grund, gleich auszuflippen. Wer flippt denn gleich aus? Ich sag ja nur... Hey, Leute! Ich flipp aus! Die haben ja ein Swimmingpool! Seht euch das an! Oh, ist der groß! Wollen wir gleich reinspringen? Oh, ich weiß nicht. Das ist bestimmt nicht erlaubt. Ach, komm schon, Liv. Wir könnten ein bisschen blubrig-blau baden. Bitte. Was meinst du, Sam? Sam? Das muss doch... Ganz sicher. Das ist... Sam! Was will er denn drin? Der Pool ist draußen! Gehen wir ihm besser nach. Ach, nö. Jetzt bewegt die Wache. Sam! Du kannst doch nicht einfach so in ein fremdes Haus spazieren! Riecht ihr das nicht? Was denn? Gebratenes Hühnchen mit Safran-Sahnesoße. Todsicher. Und... Vanillepudding. Meint er das ernst? Sein Magen ist wie ein Kompass-Liff. Ich wusste es! Oh Mann! So viel Essen! Der ganze Tisch steht voll! Das ist kein Hühnchen, sondern Truthahn-Ragout. Und es gibt Erdbeeren zum Pudding und Lachsfilet mit Avocado und Kardamom-Joghurt mit Datteln. Wer flippt jetzt aus, hm? Süße Pasteten! Stopp! Du kannst doch nicht... Ach, oje. Jetzt komm schon, leg's zurück, Sam. Hola! Wer seid ihr, hm? Oh, äh... Hallo. Wir sind die Playmos. Das ist Liv, das Sam, Captain Toy... Halt den Mund, Gringo! Was habt ihr in mein Haus zu suchen, hm? Entschuldigung, die Tür stand offen und... Seid ihr eingeladen, oder was? Wir wollten nur mal kurz probieren, ehrlich. Schließ! Das war bloß ein Versehen! Wirklich, wir... So wahr ich, Ricardo Ricajon heiße. Sagt Hallo zu unseren Schießeisen! Hey! Was soll das? Stecken Sie die Waffen weg! Das waren höchstens fünf Pasteten und maximal acht Erdbeeren. Ehrlich! Ihr seid Diebe! Das weiß ich, weil ich selbst ein Erbin! Hehehehe! Sie sind ein Dieb? Sicher! Ich überfalle Bankos. Mit was, glaubst du, habe ich diese Villa bezahlt? Hehehehe! Aber ihr habt mich bestollen! Tocapellotas! Meine Piedras preciosas! W-was für Zeug? Meine Diamanten! Diamanten? Sie sind verschwunden! Wo habt ihr sie? Wir wissen nichts von Diamanten. Haben Sie die etwa auch aus einer Bank geklaut? Das tut nichts zur Sache. Mein Schlafzimmertresor ist offen und die Steine sind weg. Wenn euch euer Leben lieb ist, dann sagt lieber schnell, wo ihr sie versteckt habt! Kapieren Sie das doch! Wir haben nichts versteckt! Wir wussten nicht mal was von Ihren Diamanten! Kleine Swindler! Männer! Snappt sie! Hey! Was soll das? Fingerweh! Was sie... Go, go, go! Ei! Knallt sie ab! Entdeckung! Zugleich! Schlinge zuziehen! Karamba! Sie kommen von allen Seiten! Ei! Zupacken! Zupacken! Hey! Mist! Ihr Hüter des Gesetzes! Zu Boden drücken! Halte Zielperson fest! Wiederhole, halte sie fest! Raum gesichert! Zusammenbinden! Hole Handschellen aus der Tasche! Lege sie Zielperson an! Das ist Ausfriedensbruch! Sie haben kein Recht dazu! Unzutreffend! Ich habe einen Haftbefehl gegen Sie, Signori Cajon! Zum Abführen freigeben! Stamp, Prellberg, kümmert euch darum! Verstanden, Chief! Jawohl! Ich werde mich beschweren! Alle anderen, restliche Villa sichern! Wow, das ging ja flott! Sie haben uns gerettet! Vielen Dank! Zu wem gehört ihr? Zu niemandem! Nur Zuschauer? Wir sind die Playmos und hungrig! Das sind Emil und Liv! Der Papagei heißt Käpt'n Tolle! Und ich bin Sam! Sam! Schluck doch mal runter! Corporal Grip! SWAT-Einsatzteam! Zu Diensten! SWAT? Zutreffend! Wir sind... Zur Erklärung! SWAT steht für Special Weapons and Tactics! Also Spezialwaffen und Taktiken! Mein Team wird weltweit eingesetzt, um Verbrecher zu stoppen! Woher wussten Sie, dass Ricardo Ricajon uns in seiner Gewalt hatte? Zufall! Wir wussten es nicht! Dieser spanische Gangster hat erst kürzlich in einem Lagerhaus Brillanten entwendet! Dazu gab es sogar Berichte in der Presse! Bevor jemand fragt! Brillanten sind speziell geschliffene Diamanten! Gut mitgedacht, Liv! Immer gern, Emil! Von Diamanten war auch die Rede! Naja, der Spanier meinte, dass wir sie gestohlen hätten! Zum Verständnis! Habt ihr... Nein! Jetzt hör doch mal auf zu essen! Warum? Das verkommt doch sonst! Zuerst die Fakten, bitte! Okay! Also er meinte, dass in seinem Schlafzimmertresor Steine fehlen! Offenbar wurde er selbst beklaut! Kommt euch das nicht spanisch vor? Prüft mal lieber den Tresor! Gute Idee! Und bevor jemand fragt, der Papagei kann sprechen! Gut mitgedacht, Emil! Immer gern, Liv! Zum Safe! Ich will Klarheit! Officer Blink! Zum Durchsuchen fertig machen! Verstanden, Chief! Betrete Schlafzimmer, begutachte die Inneneinrichtung! Ein Boxspringbett und ein weißer Zimmerteppich! Das ist ein Flukati! Äh, wiederhole auf dem Flukati! Tja, da liegt eindeutig ein Tresor, der aufgebrochen wurde! Zustandsbericht! Nähere mich dem Tresor! Untersuche Tresor! Äh... Er ist leer, Chief! Zu ärgerlich! Keine Diamanten also! Aber wo sind sie? Und zusätzlich, wer hat sie? Wir helfen ihm bei der Suche Corporal Grip! Oder, Leute? Na klar! Das können wir echt gut! Was sind wir? Freunde! Ich kann euch nicht hören! Wir sind unschlagbare Freunde! Zugegeben, davon habe ich schon einmal gehört! Danke für das Angebot, aber zu gefährlich! Ach, was! Gefahr sind wir gewohnt! Und wir helfen gern! Hm! Zu welchen Schlüssen kommt ihr denn? Mal sehen! Hier sind Ölflecke auf dem Flukati! Flecke auf dem Flukati? Das könnte von dir sein, Emil! Flockig-flüssige Flukati-Flecken! Zuhören! Verzeihung! Außerdem sehe ich Brandspuren! Hm! Sie führen direkt zu dem hohen Wandspiegel! Zu welchem Urteil kommst du? Sieht aus, als wäre jemand mit heißem Öl vom Tresor zum Spiegel gelaufen! Pff! Wie sinnlos! Leute! Neben dem Spiegel liegt ein Zettel! Äh, also ich meine, vorlesen bitte! Ähm, es steht nur Bondebeest drauf. Kann jemand was damit anfangen? Zunächst mal, das ist der Name eines bekannten Auktionshauses aus den Niederlanden. Ein Haus für Aktionen? Was denn für Aktionen? Auktionshem! Das ist ein anderes Wort für Versteigerung! Ah, zutreffend! Zum anderen kommen dort oft Edelsteine unter den Hammer. Blinkt Zusammenhang, Claire! Jawohl! Hole den Computer aus der Tasche. Tippe auf das Display. Unter den Hammer? Warum sollen die Edelsteine denn zerstört werden? Nein! Das heißt nur so, weil bei traditionellen Auktionen der Kauf immer mit einem Hammerschlag abgeschlossen wird. Aha! Entdecke Eintrag! Morgen Vormittag soll bei Bondebeest eine wertvolle Brillantenkollektion versteigert werden. Hervorragend! Zusätzlich besorgen Sie mir einen Grundriss des Gebäudes, Blink. Den Zettel hat offensichtlich unser Diamantendieb verloren. Alles zum Überwachen des Auktionshauses vorbereiten. Halte mir fragend das Kinn. Sollen wir stürmen? Zu auffällig. Wir postieren uns taktisch und observieren die Ein- und Ausgänge. Dann können wir zuschlagen, sobald sich jemand an den Stein vergreift. Verstanden. Senke beeindruckt die Augen. Sehen Sie? Und dabei können wir Ihnen helfen. Wir geben uns ein... Dann kriegen wir auch innen alles hautnah mit. Zusätzlich? Als Undercover-SWAT-Team sozusagen? Genau. Wir haben der Polizei schon oft unter die Arme gegriffen. Hm. Zur Kenntnis genommen. Na schön. Probieren wir es. Zu den Einsatzwagen. Zusteigen. Alle zusteigen. Verstanden. Steige in den SWAT-Flugzeug. Oh, geh. Echt ein eigenes Flugzeug. Respekt. Please fasten your seatbelts. We are ready to take off. Wow. Wir sind in Amsterdam. Zu den Motorrädern. Go, go, go. Auf dem Weg zum Auktionshaus Bondabees bekamen Emil, Liv und Sam von Officer Blink kleine Kopfhörer in Form von Ohrsteckern eingesetzt, durch die sie mit dem übrigen Team über Funk verbunden waren. Bevor die Auktion begann, besetzten die SWAT-Einsatzkräfte rund um das Gebäude unauffällig Türen und Fenster. Würden sie hier wirklich etwas über den... Weil auf einem Zettel in Spanien der Name eines Auktionshauses in Holland gestanden hatte? Emil, Liv und Sam hatten sich schon oft auf ihren Instinkt verlassen. Und dieses Mal? Stolle. Du musst jetzt leise sein. Ich tritt aber keine Luft unter deiner warmen Kluft. Versuch's auszuhalten. Wir wollen nicht die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Okay, sind da. Hören Sie mich, Corporal Grip? Es geht los. Wir betreten jetzt den Saal. Die Auktion ist schon in vollem Gange. Zurecht. Gut zuschauen und alles durchgeben. Verstanden. Zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft an die Herren mit dem grauen Anzug. Ah, so geht das. Also, setzen wir uns. Kommen wir nun zu dem größten Projekt von dem heutigen Tag. Die Connery Collection. Und das müssen die Brillanten sein. Zusehen. Also seht genau zu, was passiert. Geht klar, Corporal. Die Connery Collection besteht aus 90 lupenreine Diamanten in der Form einer Rose. Jeder einzelne Stein im Rund-Briant-Schliff besitzt ein Karatgewicht von exakt 0.63. Wir starten mit einem Gebot von 500.000. Habt ihr das gehört? Eine halbe... Niemand 500.000? Die Kollektion ist einmalig in ihrer Art. Ja. Hey, da hinten meldet sich einer. 500.000 sind geboten. Hör ich mir. Ja, 550. Ja. 600 sind geboten. Ja, 650. Wie lange geht das jetzt? Na, bis nur noch ein Käufer übrig bleibt. Ja, 700 sind geboten. 700.000. 800.000 fand die junge Dame ganz voll. Das kann ja ewig dauern. Offenbar haben die genug Geld für das glänzende Glitzergedöns. Diamanten sind etwas ganz Besonderes, Emil. 850.000. 900.000. Hör ich eine Million? Zustandsbericht, Playmos. Es wird kräftig geboten. Wir sind fast bei einer Million für die Steine. Niemand? 900.000 zum Ersten. Hallo? Was macht der Typ da mit der Sonnenbrille und dem Rot? 900.000 zum Zweiten. Chief? Jemand nährt sich der Bühne. Zunächst nur beobachten. Er hat eine Taschenlampe oder sowas an seinem Gürtel. 900.000 zum... Äh, pardon. Würden Sie sich bitte wieder hinsetzen, mein Herr? Aber, aber. Ich stehe viel lieber. Jetzt nimmt er den Hut ab. Er holt etwas heraus. Hinsetzen, mein Herr. Ich bitte Sie. Nicht, bevor ich das hier gezündet habe. Hinsetzen, meine Damen und Herren, das ganze Gebäude ist abgeriegelt. Der Pferd kommt hier nicht raus. Ich habe gesehen, wie er die Diamanten in einen Rucksack gepackt hat. Und wo ist er jetzt? Wer sich reckt und streckt, der entdeckt, wo der Dieb sich frech versteckt. Da drüben! Er ist durch die Toilettentür. Ganz schön dummer Zeitpunkt, um auf Klo zu gehen. Tja, wer muss, der muss eben. Vorsicht! Wer weiß, was er noch für Überraschungen im Ärmel hat. Ich öffne jetzt die Tür. Bleibt in Deckung. Boah, ist das kalt hier. Okay, Bereich gesichert. Der Vorraum ist leer. Nur flimmernd flackernde Funken fliegen vorbei. Toilette 1, gesichert. Toilette 2, gesichert. Toilette 3, auch gesichert. Die sind alle leer? Fenster gibt's auch keine. Hat der Kerl sich in Luft aufgelöst? Wie sollte er? Und zwar auf dem Waschbecken. Hey Liv, alles klar? Du stehst gerade so starr. Ja, ich bin verwirrt. Habt ihr das im Spiegel über dem Waschbecken gesehen? Was denn? Eine Stadt im Schnee. Ganz deutlich. Da war auch ein Gebäude mit Buchstaben. Kyrillisch, glaube ich. Hast du dir den Kopf gestoßen? Das ist ein ganz normaler Spiegel. Zutritt. Trete ein, sichere den Bereich. Zustandsbericht. Was ist passiert? Tja, wir haben gesehen, wie der Dieb diesen Raum betreten hat. Und dann war er plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Wir können uns das nicht erklären. Zum Zuschauen. Wie kann das sein? Schaue fragend von einem zum anderen. Liv hat was im Spiegel gesehen. Ja, es war so, als wäre ein Fenster in eine andere Welt aufgegangen. Runzele die Stirn, kneife die Augen zusammen. Zunächst mal hört sich das nicht besonders glaubhaft an. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber es sind Ölflecke vor dem Spiegel. Genau wie in dem Schlafzimmer der Villa. Ein Zusammenhang also. Vielleicht. Hat jemand einen Stift? Geben Sie ihr etwas zum Schreiben. Jawohl. Ziehe Filzstift aus der Tasche. Übergebe blonde Mädchen den Stift. Danke. Nennen Sie mich einfach Liv, okay? Ich habe diese Wörter auf einem Gebäude im Schnee gesehen. Also, ich kann das nicht lesen. Ist das eine Geheimschrift? Nein, das ist Kyrillisch. Diese Buchstaben werden für einige slawische Sprachen verwendet. Zum Beispiel in Russland. Genau. Das müsste Russisch sein. Ich glaube, ich weiß, wie man das liest. Äh, Sekunde. Mo... Richte das Wort jetzt an den Jungen mit den Wuschelhaaren. Emil. Emil, bitte. Darf ich dir eine Frage stellen, Emil? Klar. Mo... Glaubt ihr ernsthaft, die Zielperson ist durch einen Spiegel geflüchtet? Warte gespannt auf Antwort. Tja, sagen wir mal so. Wir haben schon die unglaublichsten Sachen gesehen. Äh, warum also nicht? Olmas? Moolmas? Was bedeutet das? Äh, keine Ahnung, Sam. Unzureichend für mich. Das muss geprüft werden. Zur Analyse damit, Blink, checken Sie das im Computer. Jawohl, Chief. Über den Computer erfuhren das SWAT-Team und die Playmos, dass Moolmas der Name eines bedeutenden russischen Diamantenproduzenten war. Mit Sitz in Jakutien, Nordrussland. Es ging also wieder um Diamanten. Hatte Liv richtig gesehen? Aber wie sollte das gehen? Durch einen Spiegel. Zufriedenstellende Ergebnisse? Wie man es nimmt, Chief. Wir haben alles durchsucht. Zucker mit den Schultern? Zielperson ist definitiv nicht mehr im Haus. Zum Haarraufen. Was nun? Die Täter ist entkommen. Die Corner-Rekollektion ist in Unikard. Das nicht verloren gehen darf. Eine Schande für das Aktionshaus. Unoffizie. Zügeln Sie sich. Wir leiten gerade alles in die Wege, um den Dieb aufzuspüren. Zurzeit gibt mir die Herleitung zwar noch Rätsel auf, aber das wird sich klären. Zum besseren Verständnis benötigen wir die Bilder der Überwachungskamera. Na, dann kommen Sie mit. Wenn das publik wird, ist Bonneby's weg von dem Fenster. Kam Ihnen der Täter vielleicht bekannt vor? Nee, konnte nicht sie kennen. So, der Überwachungsraum. Hier drin zeichnen wir alles auf. Zuspielen. Also, die Aufnahme. Eine Sekunde. Ich lasse den Film laufen. Da ist der Typ. Seht ihr die Taschenlampe an seinem Gürtel? Zu groß für eine Taschenlampe. Gleicht eher einem Scheinwerfer. Wozu schleppt er das Ding mit sich herum? Ah. Jetzt setzt er den Hut ab. Zum Halten bringen. Zum Abgleich mit unserer Verbrecher-Datenbank brauchen wir ein Foto von ihm. Ich kümmere mich darum, Chief. Sehr entschlossen zur Auktionatorin. Schön gut, ich lasse Ihnen die Aufnahme so schnell es geht zukommen. Zu vorkommt. Sehr zu vorkommt. Dann fahren wir jetzt nach... Die Hinweise sind viel zu dünn, um dafür um die halbe Welt zu reisen. Ja, schon. Aber Jakutien ist eins der kältesten Gebiete auf der Erde. Und es war eisig auf der Toilette. Das ist doch seltsam. Zugegeben. Irgendwo muss der Dieb sein. Warum nicht dort? Lege die Stirn in Falten. Das erscheint mir fragwürdig. Haben Sie eine bessere Idee? Schauerhilfe suchen zum Chief. Na schön. Zur Überprüfung der These reisen wir in kleiner Besetzung nach Russland. Nur Sie und ich blinken. Das restliche Team bleibt hier und sucht weiter. Uns nehmen Sie aber mit, oder? Zumindest, bis wir herausgefunden haben, ob eure Spiegeltheorie stimmt. Also ja. Zusage. Dieser lausig lächelnde Lampenlangfinger wird sich wundern. Ja! Welcome back. Please fasten your seatbelts. We are ready to take off. Russland. Zum Hubschrauber. Wir steigen um. Hop, 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 hop. Hey! Schnell, schnell, schnell. Immer diese Hekte. Go, go, go. So, sehr gut. Die ganze Welt ist weiß. Überall nur Schnee und Eis. Ja, alles zugeschneit. Zieht euch das über. Sind das kugelsichere Westen? Zugleich kugelsicher und wärmend. Zusätzlich stecken in den Taschen Mini-Satellitenfunkgeräte für den Notfall. Wow, superleicht die Geräte. Die beste sieht extrem cool aus. Besonders bei mir. Hey! Chief, wir haben eine Übereinstimmung mit dem Foto aus dem Auktionshaus. Wem kann es zugeschrieben werden? Sehen Sie selbst. Öffne die Datei auf unserem tragbaren Computer. Halte dem Chief den Bildschirm hin. Dürfen wir auch? Sicher. Nicke blonde Mädchen zu. Liv! Verzeihung. Korrigiere mich. Liv. Zu erkennen. Eindeutig. Das ist unser Täter. Albert Melk! Ein Feinoptiker, der frühe optische Gläser herstellte. Im Auftrag von wissenschaftlichen Unternehmen. Vielleicht hat er seinen komischen Scheinwerfer selbst gebaut. Zustimmung. Erläutere die übrigen Informationen. Meg nennt sich Phantasmoor. Hat in großem Stil Jubiliere überfallen. Jede Menge Edelsteine entwendet. Ausschließlich Brillanten. Wurde nie geschnappt. Gilt als untergetaucht. Ich störe euch ungern und mach's doch. Seht euch nur den Krater an. Als wäre ein Komet eingeschlagen. Das ist eine Diamantenmine, Emil. In so einer Grube wird Schicht für Schicht das Gestein abgetragen, um Brocken mit Diamanten herauszufiltern. Zur Landung ansetzen. Geh nicht bei der Mine runter, sondern weiter hinten bei der kleinen Ortschaft. Oh, kalt! Ja, genau. Und ich frier wieder. Schon ganz blau wird mein Gefieder. Kuschel dich in die Tasche meiner SWAT-Beste Tolle. Lass es wärmer. Vorrücken zum Hauptgebäude. Gleich werden wir wissen, ob Phantasmus sich hier aufhält. Das ist eine richtige kleine Stadt hier. Ich wusste es! Alles sieht genauso aus wie das, was ich im Spiegel gesehen hab. Schaut! Die Schrift auf dem Haus! Ja, das passt. Und auf dem Gebäude gegenüber kann man sich prima in der Stahltür spiegeln. Äh, ja und? Na, da könnte der Typ rausgekommen sein. In einen Spiegel rein, aus dem anderen wieder raus. Oh, Kompliment. Zum Haupteingang. Aber zuerst Flanken sichern. Liv, Sam, Emil nach rechts, Blink und ich nach links. Verstanden! Folge Chief, vorsichtig die Treppe hoch. Achtung! Jemand kommt raus! Zur Seite! Stehen bleiben! Nicht schießen! Sie nicht dürfen betreten Almas neu Büro. Leider verboten. Zuhören! Wir sind SWAT. Special Weapons and Tactics. Wir haben Grund zur Annahme, dass sich der gefährliche Diamantendieb Phantasmor in der Nähe aufhält. Diamantdieb? Zu diesem Zweck müssen wir alles durchsuchen. Nicht, nicht. Müssen bewahren Geheimnis von Diamantproduktion. Ich, Maxim Pavlov. Nur kleiner Geschäftsführer. Sprechen Sie mit Oligarch. Ich meine, mit Boss. Er kann geben Erlaubnis. Blink! Zum Teufel! Wurde das nicht längst erledigt? Äh, schaue etwas betreten zu Boden. Finde keine Worte, um Fehler zu erklären. Zu dumm! Muss ich alles allein machen? Lassen Sie uns bitte rein, Herr Pavlov. Unser Papagei friert. Papagei? Ja, und außerdem geht es um ihre Diamanten. Die wird Phantasmor bestimmt als nächstes stehen. Unsinn. Stellen nicht möglich. Alles gut gesichert. Geht nach Haus. Was ist jetzt? Phantasmor! Zugriff! Wir gehen rein. Go, go. Zusammen vorrücken und sichern. Gibt es Spiegel im Gebäude? Da! In der Werkstatt, wo Diamant wird geschliffen. Aber verstehe nicht, wieso Spiegel? Wir verstehen das auch nicht. Aber wenn wir recht haben, kann der Dieb durch Spiegel überall eindringen. Blödsinn. Oh! Kamas Werkstatt! Zum Ziel! Zulegen! Zugang öffnen! Moment! Ich muss Code eingeben. Zutritt sichern! Sicherer Zutritt? Halte Chief den Rücken frei. Kollege! Er Diamant genommen. Ich wollte aufhalten. Jetzt Spiegel kaputt. Wer? Da! 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 Was ist denn weg? Verfehlt! Sehe die Zielperson flüchten. Zusetzen! Also nachsetzen, meine ich. Schnell! Sehen Sie! Es war Phantasmor! Nicht zu fassen! Er hat sich allen Ernstes hinter der Tür versteckt! Zur Treppe! Er will in den Keller! Erhöhe Tempo und Konzentration! Oh Mist! Mehrere Gänge! Leise! Ich glaube erst in dieser Richtung! Zu vage! Blink! Sam! Dort lang! Emil! Liv! Folgt mir! Verstanden! Okay! Geht klar! In Ordnung! Wieder eine Abzweigung! Sollen wir uns weiter aufteilen? Nicht zu empfehlen! Zusammenbleiben! Das klang ganz nah! Ein Hinterausgang! Oh raus! Oh raus! Es geht schon wieder raus! Er läuft mit seinem Rucksack auf den vereisten See zu! Da kommt er nicht weit! Los! Zu mir, Blink! Zielperson flüchtet zur Nordseite des Gebäudes! Verstanden, Chief! Die Taschenlampe hat er auch wieder dabei! Die Kälte lässt mich nicht in Ruhe! Als wäre ich in einer Tiefkühltruhe! Halt durch, Tolle! Wir haben ihn gleich eingeholt! Ihr kriegt mich nicht! Abwarten! Du fies, fantasierender Phantasmorfräfler! Er ist auf dem Eis! Jetzt haben wir ihn! Vorsicht! Nicht alle gleichzeitig! Sonst brechen wir ein! Außerdem ist das Spiegel glatt! Sagtest du Spiegel, Neff? Zu Boden legen! Unverzüglich! Und hören Sie auf, Ihren Scheinwerfer auf das Eis zu richten! Aber, aber! Sie würden doch nicht auf mich schießen, oder? Dazu zwingen Sie mich besser nicht! Und Ihren Plan, was immer es ist! Nein! Schaut hin! Schaut nur genau hin! Was zum Geier! Seine Lampe schmilzt das Eis! Ein Loch! Sieht aus wie ein Himmel mit Wolken! Viele Bäume! Und beräusche wie ein Urwald! Nun denn! Bye, bye! Oh nein! Das kann nicht sein! Fantastisch! Warten Sie! Tolle nicht! Tolle? Sie sind beide durch das Loch gefallen! Und jetzt ist es weg! Wir kommen, Leute! Nähe an uns dem See! Sind vor Ort! Zu spät! Das darf doch alles nicht wahr sein! Kann mir bitte jemand zu verstehen geben, wie Zielperson einfach so verschwinden konnte? Na ja, jetzt ist es amtlich, Corporal! Der Dieb kann mit seiner Taschenlampe Portale öffnen! Und zwar auf spiegelnden Oberflächen! Unglaublich! Wo er wohl diesmal gelandet ist? Was ist das denn für ein Stuss? Zuerst der Schnee und jetzt ein Fluss! Dazu muss ich beim Flügel schlagen! Auch außerdem noch echt schwer tragen! Schöner, aber ruhig! Schöner! Ach so! Nur ein Vieh aus dem Dschungel! Gut, dass der Adumbrados wasserdicht ist! Ein herrliches Gerät! Oh, verdammter Nachbrenner! Da muss ich noch was verbessern! Ich muss zum Schein ganz leise sein! Zum Glück ist es hier mollig warm! Die Gegend hat zugleich mehr Charme! Ich brauche das nächste Mal unbedingt einen besseren Fluchtplan! Und ein größeres Boot! Oh, meine Lieblinge, wie ihr glitzert! Wunderbar, nicht? Aber etwas Platz habe ich noch im Rucksack! Auch zum Welschenstreich! Der Knüch versucht sich abzusetzen! Doch wart nur, ich werde es allem petzen! Such du nur schön das Weite! Ich bleib an deiner Seite! Oh, der arme Käpt'n Tolle! Irgendwo ganz allein auf sich gestellt! Auf jeden Fall in einem Dschungel, wo so ein komischer Frosch gequakt hat! Habt ihr den auch gehört? Ja, klang eher wie ein Schwein, wenn du mich fragst! Diese Vögel leben in Südamerika! Aber ich fürchte, das reicht nicht, um ihn zu finden! Zu viele Möglichkeiten! Na, Phantasmor wird dort sein, wo es Diamanten gibt! Ist doch logisch! Diamanten im Dschungel? Eher nicht! Allerdings, die meisten Diamanten Südamerikas stammen aus Brasilien! Zufällig ist mir bekannt, dass in der Brasilianischen Staatsbank eine Menge Gold und Diamanten aufbewahrt werden! Es wäre zu bedenken, ob das Phantasmors nächstes Ziel ist! Augenblick! Ich überprüfe, Chief! Sehe mir Ergebnis auf dem Display an! Die Staatsbank besitzt drei Lager in unterschiedlichen Städten! In Rio de Janeiro, Curitiba und in Manaus! Manaus liegt mitten im Regenwald, soweit ich weiß! Klingt gut! Also müssen wir nach Manaus! Zu ärgerlich! Wir brauchen zu viele Stunden, um dort zu sein! Aber dafür ist es in Brasilien schön warm! Zuversichtlich bleiben, das ist die richtige Haltung! Zudem könnt ihr mir die SWAT-Einsatzwesten zurückgeben! Zuzüglich der Satellitenfunkgeräte, versteht sich! Äh, okay! Schade, die waren echt cool! Nanu? Mein Funkgerät fehlt! Du hast es doch gar nicht benutzt! Nein! Nur Tolle saß in der Tasche und... Moment mal! Vielleicht hat er es mitgenommen! Können wir ihn anfunken, Chief? Über Satellit geht das doch weltweit, oder? Zu erwarten! Super! Dann kann er uns erzählen, wo Phantasmus sich gerade aufhält! Während die Plemus und das SWAT-Team versuchten, Kontakt zu Captain Tolle herzustellen, hatte die Zielperson, Albert Melk, alias Phantasmor, mit dem Motorboot an Land angelegt und von dort aus eine größere Stadt betreten. Captain Tolle war ihm dabei nicht von der Seite gewichen. Und tatsächlich hatte er das Satellitenfunkgerät dabei. Er saß auf einer Palme und beobachtete, wie der Diamantendieb vor der verspiegelten Fassade eines Bankgebäudes sein lichtwerfendes Gerät in Stellung brachte. Die Luft ist rein, das wird ein Kinderspiel! Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Zum Glück habe ich das Funk-Ding mit. Noch ein paar Einstellungen und ab geht's in den Tresorraum! Kästensvolle-Tennels? Tolle? Hallo, hörst du mich? Boah, da klingelt's schon, das Telefon. Hallo, ich bin's, euer Spion! Tolle! Was war das? Seid nur still und stumm, der Dieb guckt sich gerade um. Steife! Spielt doch keine Rolle. Wo bist du? In einer Stadt im Regenwald, die Häuser hier sind ziemlich alt. Am Haus? Na, kann ich nicht sagen, kann auch nicht fragen. Aber wo genau, Tolle? An einer Bank, wir stehen davor. Er will hinein zu dem Tresor. Haha, los geht's! Halt ihn irgendwie hin. Keine Zeit, es ist so weit. Er hält sein Lichtgerät bei Leibe auf eine Spiegelfensterscheibe. Erzähl uns, was du siehst. Einen großen Raum voll Schließfächer. Hier geht's ihn durch. Das Licht wird schwächer. Hinterher, Tolle. Bleib an ihm dran. Hey! Was machst du hier, dämlicher Vogel? Ich hab doch gewusst, dass du mir folgst. Ist das ein Funkgerät in deiner Kralle? Na gut, du hast mich jetzt erwischt. Die Taten werden neu gemischt. So was? Sprechen kannst du auch? Ah, du hast ganz recht. Das kann ich echt. Und ganz nebenbei, lass dich nicht stören. Wir wollen das, was du da machst. Hallo, Phantasmur. Schöne Grüße von den Playmove und dem SWAT-Team. Wir wissen jetzt, wo du steckst. Das Spiel ist aus. Puh, gar nichts wisst ihr. Das ist nur ein Trick. Wie wollt ihr mich dann aufhalten? Die Diamanten sind mein. Was nun? Was tun? Beschäftige dich. Bis wir beides sind. Gold, Münzen. Das brauche ich alles nicht. Nur makellose Brillanten. Such weiter. Keine Eile. Gut, den braucht nämlich Weile. Vergiss es, Vögelchen. Selbst wenn deine Freunde rechtzeitig eintreffen, bin ich im Handumdrehen wieder über alle Berge. Siehst du die Tresorwand? Die Spiegelung reicht für meinen Adumbratus locker aus. Ach so heißt also das Gerät. Erzähl doch mal, wie das so geht. Wie es funktioniert, habe ich noch nicht kapiert. Spektakulär, oder? An dieser Erfindung habe ich ewig getüftelt. Der Durchbruch gelang mir, als mir klar wurde, dass... Ha! Jetzt wäre ich doch fast auf deinen Trick hereingefallen. Oh, erzähl doch bitte mehr. Nicht heute, blöder Papagei. Der Rucksack ist voll. Adieu. Diesmal darfst du leider nicht mitkommen. Doch, doch, du wirst es gleich erleben. Ich bleib wie Sirup an dir kleben. Hey, fort mit dir! Weg! Tolle, hörst du mich? Oh, Käpt'n Tolle! Ich kann so nicht mehr lang ausharren. Der Typ erwirft mich mit Goldbarren. Kannst du sehen, wohin er flüchten will? Ich sehe eine Wanne und eine Wüste. Wenn ich bloß mehr darüber wüsste. Doch, nicht im Schild. Hey, stopp! Da steht drauf, Kohlmann. Tolle, bist du in Ordnung? Och, Mist! Die Verbindung ist getrennt. Wir müssen uns beeilen. Wie lange ist es noch, bis man raus? Zu lang. Wir müssen erst ins Flugzeug umsteigen. Wenn wir ankommen, ist Phantasmor sowieso längst durch ein Portal geflüchtet. Ja, uns war in eine Wüste. Aber welche? Och, was hat Tolle gesagt? Eine Wanne und ein Schild, auf dem Kohlmann steht. Hm. Zu Papier bringen, blinkt. Vielleicht ist das der Name einer Stadt. Ja, Chief. Gebe Kohlmann ein. Schaue zu, wie sich das Ladesymbol dreht. Dabei Reimen. Wie? Was meinst du, Sam? Na, Tolle spricht doch immer in Reimen. Er sagte, auf einem Schild, hey, stopp, da steht drauf, Kohlmann. Das reimt sich nicht. Stimmt. Tolle war also noch nicht fertig, als die Verbindung abgebrochen ist. Das bedeutet, dass das Wort Kohlmann mit Ob enden muss, damit es sich auf Stopp reimt. Können Sie das eingeben, Officer Blink? Kohlmann am Anfang und Ob am Ende. Kneife die Brauen zusammen. Ja, das sollte gehen. Moment. Treffer. Wir müssen den richtigen Zug machen. Ja, aber wir dürfen Tolle nicht einfach im Tresorraum in Manaus zurücklassen. Am Ende glaubt die brasilianische Polizei noch, er sei der Einbrecher. Zu eurem Vogel können wir später stoßen. Wir geben den Behörden vor Ort Bescheid. Ich habe mich entschieden. Wir müssen dem Täter zuvor kommen. Die Chance, Phantasmo zu erwischen, dürfen wir nicht zunichte machen. Blink. Neuer Zielort. Namibia. Verstanden schief. Hoffentlich klappt das auch. Hallo wieder. Bitte passen Sie auf den Seatbett. Wir sind bereit, um zu entfernen. Es dauerte keine 13 Stunden, bis das SWAT-Team und Emil, Liv und Sam mit einem Jeep in Kohlmannskopp eintrafen. Die ehemalige Bergbausiedlung war bereits halb vom Wüstensand verschlungen. Sogar der Fußboden der verwitterten Häuser war von kleinen Dünen bedeckt. Vorsichtig rückten Corporal Grip, Officer Blink und die Plemos vor, um jeden Winkel Stück für Stück zu durchsuchen. Hatten Sie wieder den richtigen Riecher gehabt? Weiter. Zum nächsten Haus. Seht mal, hier ist das Schild, das Tolle meinte. Zugestanden. Äh, ich meine, zum Stehen kommen. Haben Sie was entdeckt? Zu sehen ist niemand. Aber hier steht ein Standspiegel mitten im Sand. Das ist der Beweis. Phantasmo ist hier. Den Spiegel hat er sich wie eine Tür aufgestellt. Wir müssen den Sack endlich zumachen und diesen Kerl erwischen. Äußerste Vorsicht, klar? Verstanden, Chief. Was ist mit uns? Zu eurer Sicherheit. Bleibt ihr zurück. Habt ihr noch die Ohrstecker? Äh, ja. Gut. Damit haltet ihr die Verbindung und braucht euch nicht zu rühren. Go, go, go. Na, danke. Wozu sind wir denn mitgekommen? Wart's ab und schau dich um, Sam. Ich seh nur Sand. Uch. Extrem heiß hier. Mal ehrlich, ist das ein gutes Versteck? Verfallene Häuser in einer Wüste? Wieso nicht? Eine Geisterstadt? Damit rechnet doch keiner. Naja, ich hätte mir ja einen Ort mit vielen Spiegeln ausgesucht. Ein Spiegelkabinett oder eine Umkleidekabine zum Beispiel. Für den Fluchtweg. Das ist das Stichwort, Emil. Ich sorg mal dafür, dass dieser Fluchtweg abgeschnitten ist. Geht's noch lauter? Wie soll ich denn einen Spiegel leise zerbrechen? Weiß nicht. Aber das gibt auf jeden Fall sieben Jahre Pech. Für den Dieb vielleicht. Nein, für dich. Jungs, behaltet einen kühlen Kopf. Habt ihr die Schleifspuren gesehen? Als ob jemand einen Tisch oder einen Stuhl durch den Sand gezogen hat. Na und? Das kann noch nicht lange her sein. Sonst hätte der Wind die Abdrücke verweht. Sie führen direkt in ein Haus. Vielleicht steckt Phantasmo dahinter. Okay, folgen wir der Spur. Und was ist mit nicht rühren? Ich sage nur, Scherben bringen Glück. Seht euch um. Raum 1 gesichert. Raum 2 auch gesichert. Meine Güte, hier drin ist alles voller Sand. Praktisch für Strandurlaub zu Hause. Die Spur, Liv. Sie führt zur Teipe. Aha. Im oberen Stock ist jemand. Okay. Ich gehe vor. Bleib dicht hinter mir. Aha. Flur gesichert. Nebenraum ges... Leute, da ist er. Ah, wunderbar, herrlich. Meine kleinen Lieblinge. Ihr gehört mir ganz allein. Spinner. Er hat die Diamanten doch tatsächlich in eine Badewanne geschüttet. Und zwar randvoll. Na klar. Das ist die Wanne, die Tolle gesehen hat. Phantasmo muss sie hier hochgeschleppt und so die Abdrücke hinterlassen haben. Wir müssen Corporal Grip informieren. Nennt die Ohrstecker. Chief, bitte komm. Wir haben Phantasmo gefunden. Zunder und Granaten. Ist das wahr? Zufall ausgeschlossen? 100 Pro. Zu bleiben. Also vor Ort, meine ich. Wir sind unterwegs. Höre ich schon wieder Stimmen. Hast du das Piepen, Mats? Hey, da ist Käpt'n Tolle. Super. Er ist mitgekommen. Ach, aber dieser Schuft hat ihn geknebelt. Wolltest du was sagen? Was gibt's denn? Ich möchte hier nur mal erwähnen. Es wird nichts aus deinen Plänen. Meine Freunde kommen mich holen und werden dir den Po versohlen. Nicht in 100 Jahren, du komischer Vogel. Inkorrekt, du komisches Subjekt. Das wäre ein langweiliges Gespräch. Ich binde dir den Schnabel wieder zu. Falsch. Was? Sie lassen Tolle in Ruhe. Aber das Spiel ist aus, Phantasmoor. Die Polizei ist vor dem Haus. Diesmal gibt es keinen Spiegel, durch den Sie entkommen können. Verdammt. Kommt mir nicht zu nahe. Sonst drehe ich eurem Vögelchen den Hals um. Hey, aua. Au, 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 au. Legen Sie sich nicht mit Käpt'n Tolle an. Aha. Au. Blödes Vieh. Komm, ich binde dich los. Wir haben ihn. Die Diamanten? Sind gesichert. Zum Glück. Gratuliere, Playmos. Gute Arbeit. Danke. Da sag ich einfach mal, was sind wir? Freunde. Ich kann euch nicht hören. Wir sind unschlagbare Freunde. Meine Lieblinge. Alles verloren. Aber fangen werdet ihr mich nicht. Niemals. Oh Mann, nicht schon wieder. Mein Adumbratus und ich sagen jetzt Sayonara. Leute, er hält das Teil auf die Badewanne. Ach du Schande. Die Diamanten spiegeln das Licht tausendfach. Das Portal. Ich öffne die vierte Dimension. Ist das nicht das Zimmer von Pauls Mutter? Zum oberen Stock. Go, go, go. Vereine mich. Bin am Limit. Tschüss. Und Servus. Hinterher. Na nun, wo bin ich? Im Haus eines Riesen? Ich glaub's nicht. Wir sind echt in Pauls Haus. Wahnsinn. Phantasmo hat einen Weg in die reale Welt gefunden. Wer ist Paul? Unser Freund. Und nebenbei. Das ist unser Geheimnis. Und jetzt gibst du mir schön dein komisches Gerät. Der Adumbratus gehört aber mir. Hier geblieben. Na los und schnell, ihr lahmen Schnecken. Der will sich unterm Bett verstecken. Achtung! Da kommt jemand! Hab dich! Schlepp! Eure Hände! Lügel! Was hat sich da bewegt? Oh nein! Unterm Bett. Hoffentlich keine Spinne. Ach, Paul. Schon wieder Spielzeug? Und ausgerechnet deine Plemus. Du hast mir doch versprochen, nichts mehr rumliegen zu lassen. Sag mal, wie sieht es denn auf meinem Schminktisch aus? Ach, Paul? Paul! Das war knapp. Beinahe hätte Pauls Mutter alles gesehen. Als Paul später von seinem Treffen mit Carlotta und Tom zurückkam, musste er ihr Rede und Antwort stehen, warum sich seine Figuren in ihrem Zimmer befanden. Und damit war sie wieder beruhigt. Am Abend erzählten ihm Emil, Liv und Sam von der unglaublichen Erfindung Phantasmoors. Doch er hörte nur mit halbem Ohr zu. Nebenher chattete er mit seinen Freunden. Als er das Wochenende darauf mit seinem Cousin Ben eine Stuntshow aufbaute, bei der es um ein Rätsel... Nein, halt, stopp! Nein, das wird noch nicht verraten. Denn das... Sie reiten durch die Berge, fahren übers Meer. Sie finden große Schätze, jagen Dieben hinterher. Zusammen geht es besser, da macht's ihnen richtig Spaß. Zusammen sind sie spitze, denn sie bewegen was. Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Ja, das sind wir. Was sind wir, Freunde? Die Blimos sind ein Team. Sie haben ein Geheimnis, erleben Abenteuer, erzählen sich Geschichten, nachts am Lagerfeuer. Gute Freunde helfen immer, das ist doch sonnenklar. Gute Freunde sind das Größte und sie sind wunderbar. Und los! Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Ja, das sind wir. Was sind wir, Freunde? Die Blimos sind ein Team. Ja! Was sind wir? Freunde! Ich kann euch nicht hören! Wir sind unschlagbare Freunde! Sie haben sich gefunden, sie gehen durch dick und dünne. Und bist du mal alleine, dann weißt du jetzt wohin. Sie sind die besten Freunde, sie sind ein gutes Team. Der eine steht zum anderen, sie willkommen alles hin. Und los! Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Ja, das sind wir. Was sind wir, Freunde? Die Blimos sind ein Team. Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Ja, das sind wir. Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Ja, das sind wir. Freunde, die Blimos sind ein Team. Was sind wir, Freunde und Schlagbahnfreunde? Was sind wir? Freunde! Freunde! Ich kann euch nicht hören! Wir sind unschlagbare Freunde! Das war Folge 78 von den Plemos, auf Mission mit dem SWAT-Team. Eine Hörspielserie von Florian Fickel. Markus Off, Officer Blink René Don-Klund, Auktionatorin Duren Katlin Gavlich, Maximilian Pavlov, Omid Paul F. De Kari, Phantasmo Ingo Albrecht, Autor David Bredel, Regie Florian Fickel, Ton Joschi Kaufmann, Titelmusik Putte, eine Produktion von Fluff Publishing. Untertitelung des ZDF, 2020